Der Minister hat ja gestern auch schon gesagt, dass er dem Ergebnis dieser Prüfung mit großer Gelassenheit entgegensieht und dass er der festen Überzeugung ist, dass dieses Plagiat, dass diese Doktorarbeit kein Plagiat ist und der Vorwurf eines Plagiates abstrus ist. Ich bitte, dass Sie so entsprechen. Ich hab Mist gebaut und wurd durchschaut. Keiner hält mich mehr für klug. Alle merken den Betrug. Wann geht der nächste Afghanistan-Flug? Denn ich hab alles nur geklaut. Ich bin der Fußnotenentferner. Mein Doktortitel ist versaut. Da hilft mir nicht mal mehr der Kerner. Ich hab alles nur geklaut, nur gestohlen, nur gezogen, nur geraubt. Die Karriere ist versaut. Denn ich hab alles nur geklaut. Ich bin der Fußnotenentferner. Mein Doktortitel ist versaut. Da hilft mir nicht mal mehr der Kerner. Ich hab alles nur geklaut, nur geschwischeln, nur gezogen und geraubt. Die Karriere ist versaut. Die Karriere ist versaut. Ich bin nicht gerade arm. Hab ein zu Guttenberg und viele Vornamen. Macht Merkel den Alarm. Bin Doktor von und zu. Lass mich bloß in Ruhe. Wird das politisch jetzt ein Flop? Kauf ich mir nen Coffee-Shop. Und dann wird auch mein Ansehen wieder top. Denn ich hab alles nur geklaut. Ich bin der Fußnotenentferner. Mein Doktortitel ist versaut. Da hilft mir nicht mal mehr der Kerner. Ich hab alles nur geklaut, nur gestohlen, nur gezogen und geraubt. Die Karriere ist versaut. Ich bin der Fußnotenentferner. Mein Doktortitel ist versaut. Da hilft mir nicht mal mehr der Kerner. Ich hab alles nur geklaut, nur gestohlen, nur gezogen und geraubt. Die Karriere ist versaut. Die Karriere ist versaut. Die Karriere ist versaut. Die Karriere ist versaut. Die Block, Die Block, Die Block, Die Block